Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute geht es für mich los auf Aussaatfertig-Los-Gartencenter-Tour. Wir fahren über 2000 Kilometer, starten montags in Berlin, dann geht es über Köln nach München. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja und das Auto ist auch schon sehr voll bepackt. Ja, jetzt geht es los nach Berlin. Erster Tag, Berlin Rosengut Langerwisch. So Leute, wir sind angekommen beim Rosengut Langerwisch. Da kommen schon die Kunden alle raus. Ich hoffe, die kommen nachher alle nochmal wieder, dass wir da ordentlich Leute beim Vortrag sind. Aber ich habe gehört, 25 Leute haben sich wohl angemeldet. Und erwarten auch schon zwei hübsche Gartenzwerge auf uns. Einer lila, einer weiß. Gehen wir nochmal rein in den Laden schauen, was da so jetzt schon los ist. Wir sind nämlich zwei Stunden zu früh, zweieinhalb. Da kommen ja die ersten Kartoffeln schon in die Erde und dann ist der Boden noch sehr kalt, sodass vielleicht die nicht so gut aufgehen. Und dann hat man den großen Vorteil, wenn man die von dem Haus so ein bisschen vorteilen muss. So, der erste Workshop ist zu Ende. Ich kann euch nur ein paar Hochkantaufnahmen hier einblenden, weil wir die Kamera jetzt nicht genutzt hatten. Ja, hat ganz gut geklappt. Hier war das ganze Saatgut drin. Und hier war der Arbeitsplatz. Haben jetzt schon wieder ein bisschen aufgeräumt. Aber es hat echt Spaß gemacht. Morgen dann in Brilon, Gartencenter Mecklenburg. Moin Leute und guten Morgen aus der Nähe von Berlin. Heute Tag zwei. Es geht jetzt heute weiter nach Brilon. Wir fahren jetzt nochmal vier Stunden. Und wir haben gestern gar nicht mehr so viel gemacht. Wir waren um 18 Uhr gleich auf dem Hotelzimmer und haben, glaube ich, bis jetzt durchgeschlafen. Wir sind gestern schon fünf Stunden Auto gefahren und dann der Auftritt im Rosengut. Und jetzt geht es nochmal vier Stunden weiter. Mindestens vier Stunden. Um dann im Brilon, im Gartencenter Mecklenburg, einen Workshop zu halten. Ja, sehr spannend, aber auch sehr anstrengend. Mal sehen, was heute so kommt. Schauen wir mal. Mal sehen, was heute so kommt. So, viereinhalb Stunden später sind wir in Brilon angekommen. Wir haben jetzt noch eineinhalb Stunden, bis es losgeht mit dem Auftritt. Und das Wetter hier ist auch nicht viel besser. Zwischendurch war mal so ein bisschen Sonnenschein. Aber wir haben hier so eine bedeckte Woche erwischt. Aber ich denke, in Bayern, spätestens da wird das Wetter schön sein. Und mal hoffen, oder? Es liegt Meterhoch Schnee. Aber jetzt heute erstmal hier Gartencenter Mecklenburg in Brilon. Wir sind jetzt in fünf Minuten da. So, das hier ist jetzt Brilon. Wir sind gerade hier auf so einem kleinen Weg. Da vorne ist wohl schon das Gartencenter Mecklenburg. Ja. Und hier sind wir hinten auf einem Berg. So, wir sind angekommen. Gartencenter Mecklenburg. Da hier sind wir richtig. Und das auf der Saatgutide für immer sehen wir, der F1-Hybride steht hier an dieser Stelle. Ganz hinten von der Beschreibung. Und bei samenfestigen Sorten steht meistens nicht drauf, das Wort Samenfest, sondern wir können dann einfach das Wort der F1-Hybride nicht sein. So, Leute. Ich habe euch hier mal ein paar Hochkantaufnahmen eingeblendet, was wir so heute gemacht haben. Ich habe nämlich die Kamera nicht mit reingenommen. Im Auto vergessen. Klassisches Beispiel. Und ja, deswegen ein paar Aufnahmen davon. Und jetzt geht es erstmal zum Hotel hier. Und ich habe gehört, da gibt es wirklich gutes Essen. Vielleicht lasse ich hier auch eine Aufnahme hier ins Video. Ansonsten sehen wir uns gleich mal beim Hotel. Und morgen ist dann tatsächlich so ein kleiner Offtag. Fahren wir schon nach Köln rüber. Da ist dann Pause. Und Mittwoch geht es in Köln weiter im Dingers Gartencenter. Und jetzt bin ich echt auch so puste. Hört man das? Und Auto ist eingepackt. Ich blende mal. Schaut mal nach da hinten. Da kann man so eine Tüte sehen. Da hat mir eine tatsächlich ein Geschenk mitgebracht. Alpaka-Wolle. Bin ich mal gespannt, wie ich die im Garten einsetzen kann. Vielleicht habt ihr Ideen, was ich damit machen kann. So, und jetzt fahren wir erstmal. So, kleine Roomtour. Das ist unser Padezimmer. Hier in, wo sind wir jetzt? Brilan, genau. Das Bett sieht auch sehr cool aus. Vom Gestell weiß ich jetzt nicht. Aber das Bett sieht auf jeden Fall bequem aus. Und dann haben wir hier so eine schöne Sitzecke. Mit Fernseher. Und dann haben wir sogar, was mich als Gärtner freut, natürlich den Blick hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, auf Nachbars Gemüsegarten mit Hochbeet. Ist jetzt gerade im Winter ein bisschen trostlos hier. Aber Brilan, wir sind hier quasi auch ein bisschen höher gelegen. Und da hinten geht es ins Dorf runter ins Tal. Mal schauen, ob wir heute mal was von Brilan sehen. So Leute, Mittwoch, 21. Februar. Heute haben wir nichts vor. Wir haben jetzt lange ausgeschlafen. Es ist schon 10 Uhr. Waren jetzt frühstücken. Jetzt checken wir aus. Und dann geht es nach Köln. Ich finde es richtig cool, so einen Reise-Vlog hier zu machen. Ich hoffe, es gefällt euch bisher. Und jetzt gucken wir mal, ob wir in Köln auch spannende Aufnahmen machen. Morgen ist da ja erst der Termin. Aber jetzt geht es schon mal rüber. Und? Ich weiß nicht, heute Morgen lag die Gewächshaushaube von dem Hochbeet noch da hinten im Beet. Aber es wird wohl repariert. Wir sind angekommen in Köln. B&B Hotel. Ich glaube, wir können noch nicht einchecken. Aber wir gucken uns jetzt schon mal Köln an. Heute ist ja eh so unser Off-Tag. Und morgen geht es dann ja hier in den Dinger's Garten zu einer Köln. Dann schlafen wir nochmal hier. Und dann geht es Freitagmorgen nach Fürth. So, Niklas ist gerade zu Hause. Der macht mal eine Jungpflanzenanzucht. Ja, und wir gehen jetzt nochmal ein bisschen in Köln gucken. So, moin Leute. Wir haben heute Donnerstag, den 2... Ich muss mal auf die Uhr gucken hier. Donnerstag, den 22. Und heute geht es nach Köln. Hier gegenüber. Das ist übrigens das Firmengebäude von der Rewe Group. Jo. Wollte ich mal so sagen. So Leute, ich bin fertig. Für Köln werden wir uns heute Vormittag gefühlt einfach gar nichts gemacht. Und einfach nur auf dem Bett hier gelegen. Jetzt geht es aber los. Und die nächsten Tage werden richtig spannend. Denn wir fahren Freitagmorgen nicht nur 4 Stunden nach Fürth. Wir fahren nach dem Auftritt auch noch 2 Stunden weiter. Und nach München genau. Und da dann am nächsten Tag gleich um 11 Uhr und um 15 Uhr 2 Workshops als kleines Finale in Gauting bei Kiefel zu halten. So, heute und gestern war dann jetzt so sehr wenig los. Aber die nächsten 2 Tage werden nochmal stressig, bevor wir dann so einen Tag 8,5 Stunden von ganz im Süden bis ganz nach oben zu uns in den Norden wieder zurückfahren. Und ja, jetzt schauen wir mal, was es in Köln so gibt. So, auf geht's. Garten Center oder Dingers Garten Center Köln. So heißt es. Los geht's. So, wir sind angekommen im Dingers Garten Center Köln. So Leute, das erste Mal, dass ich euch überhaupt glaube ich irgendwie was vorab vom Aufbau zeige, war sonst immer ein bisschen schwierig, weil wir mitten im Garten Center auf der Verkaufsfläche waren. Hier haben wir sogar so einen eigenen Seminarraum. Schon alles richtig cool hier, wird jetzt gerade aufgebaut und da draußen kommen auch schon Leute. 21 Leute haben sich angemeldet. Sehr schöne Truppe für einen Workshop. Da bin ich mal gespannt. Die Wärme. Fragen zum Thema Temperatur? Ja, ihr habt vor euch alle jetzt sogar ganz viele Quietscheentchen stehen und das hat natürlich eine Bedeutung hier mit dem Vortrag. Das Entenmodell habe ich mir so ein wenig ausgedacht in den letzten Jahren, weil so eine Ente hat tatsächlich viel mit einer Pflanzenanzucht gemeinsam. Wenn man jetzt so eine Ente auf dem Wasser schwimmen sieht, dann ist sie erstmal sehr ruhig. Was man aber nicht sieht, ist, dass die Ente unter dem Wasser, egal wie ruhig sie aussieht, immer mit den Beinen am Paddeln ist. Das macht sie als Schutzreflex quasi vor Feinden. Also sie ist quasi, obwohl wir es nicht sehen, immer unterirdisch gestresst. Hallo Leute, morgen geht es weiter nach Fürth. Wir gehen jetzt schlafen, weil ich hatte die Kamera noch im Auto vergessen. Ist mir eingefallen, weil ich gerade was filmen wollte. Jo, jetzt geht es schlafen. Gute Nacht. Tür. So Leute, jetzt noch 18 Kilometer, also 17 Minuten, zeigt er uns hier an, dann sind wir in Fürth. Ich schmeiße ihn raus hier. Da sind wir. Kurz vor Lühenberg halten wir in Fürth für den Vortrag. Dann geht es heute aber noch zwei Stunden weiter, also wir haben enorm viel Fahrzeit heute vor uns. 5.500 Kälber und dieses Blaue drosselt die Pflanzen eben. Jetzt sagt man, ist ja eigentlich gar nicht gut, wenn Rot und Blau geht. So, die Sonne geht unter über dem Gartenwald Dauchenberg Bulli und wir müssen jetzt noch zwei Stunden weiter nach München. Glückwunsch, war sehr schön hier. So, jetzt geht es weiter nach München. Mal schauen, was ich euch heute in diesem Video noch zeigen kann. So Leute, als erstes natürlich auch hier eine Roomtour. Ist richtig cool, wir haben sogar so ein Hängesessel. Und vorne ist zwar eine Baustelle, aber wir gucken schön nach hinten raus in den Innenhof. Da unten ist die Bar. Andere Zimmer. Ist ganz cool. So, und hier haben wir dann auf jeden Fall das Badezimmer. Richtig cool. Da hinter der Tür ist die Toilette. Da vorne die Dusche. Und richtig cool so eine Sitzbank davor. Also es ist schon ein ganz cooles Zimmer. Tag 6 auf der Aussaat fertig los. Gartencenter-Tour. Ich habe hier dieses coole Ding gerade für mich entdeckt. Und jetzt fahren wir los um Gartencenter Kiefel. Heute die letzten zwei Termine vorerst. Es kommen noch am 2.3. Danach holt Termin für Gartencenter Hilgert in Aarhaus. Und dann gibt es ja auch noch den 8.3. bei Gartencenter Klugert in Lingen. Und dann noch den 9.3. bei... Jetzt muss ich mal überlegen. Den 9.3. Da sind wir auch zweimal bei Gartencenter Selbach in Leverkusen und Bergisch Gladbach. Und dann kommt noch der 23.3. Allerdings ist das schon ausverkauft. Das ist eine 10er Teilnehmerveranstaltung mit Aufpreis. Das kostet 39 Euro. Alle Tickets sind mittlerweile weg. Es wird die lange Version der Aussaat fertig los Gartencenter-Tour. Und jetzt, meine Freundin ist auch fertig. Können wir los nach Kiefel. Zu Kiefel. Nach Kiefel. Irgendwie so. Also eigentlich sollte unser Hotel ein Parkhaus haben. Hat es auch allerdings nur für zwölf Parkplätze. Und das ist ein bisschen knapp in München. Hier am Rand konnten wir auch nicht parken. Deswegen müssen wir jetzt 800 Meter laufen. Genau, 800 Meter müssen wir laufen zum Parkhaus. Schaffen wir wohl. Das ist ein schöner Anblick, oder? Ich meine jetzt nicht den da hinten, der sein Auto sauber macht, sondern dieser Busch hier, der blüht schon. So, dann schauen wir mal, was wir zahlen dürfen. So, warte. 36 Euro. Freundlich. So, da sind wir. Also den kennen wir doch. Mal gucken, wo wir hier hin müssen. So, der erste Workshop ist fertig. Wir haben 14 Teilnehmer da. Und um 15 Uhr geht die nächste Runde weiter. So, sie müssen aus dem Kindergeburtstag hier, ne? Mit Erde auf dem Tisch. Einfach alles abgedeckt. Wir haben uns zumindest schon ein paar Mal gefragt, ob wir hier einen Kindergeburtstag feiern. So, Leute, das war meine außeratfertiglos Gartencenter-Tour. Wir haben jetzt gerade zwei Workshops hier abgehalten. 11 und 15 Uhr. Ja, und jetzt ist es schon vorbei, die Woche. Jetzt wollen wir nachher zwar noch zum Hotel und haben noch den Rückweg, wo wir auch noch beim Nico vom bunten Nutzgarten anhalten wollen. Also, das Video bleibt immer noch spannend. Aber, das war's jetzt erstmal. Also, hier ist auf jeden Fall eine coole Location. Das werde ich auf jeden Fall vermissen hier, Leute. Also, das ist eine tolle Erfindung für so ein Hotel. So, jetzt geht's auf die Heimfahrt. Mal gucken, wir halten ja noch beim Nico an. Wird noch ein spannender Tag. Du klingst schon wie ein Bayer. Servus. Servus. Was man auf jeden Fall sagen muss, hier in München hatten wir immer schönes Wetter. Alle drei Tage Sonnenschein. So, Leute. Ihr könnt mittlerweile die Zielfahne auf unserem Navi hier sehen. Wir haben die acht Stunden bald schon geschafft. Beim Nico haben wir nur kurz gequatscht und eine Instagram-Story gemacht und dann ging's auch weiter. Ja, jetzt sehen wir uns gleich passend zum Sonnenuntergang. der ist um 18.01 Uhr bei uns am Garten und da verrate ich euch mal, wie viele Stunden wir Auto gefahren sind, wie viele Kilometer das in sieben Tagen waren und melde mich noch einmal zu Wort. Bis gleich. Ich bin's auf jeden Fall. Ich bin's auf jeden Fall. Bis gleich. Ich bin's auf jeden Fall. Leute, ich habe ihn wieder, meinen Garten. Da sind wir zurück bei Felix Hobbygarten und ich kann euch ja mal zeigen, was wir in dieser Woche gefahren sind. Wir sind mit 5,2 Liter 29 Stunden, fast 30 Stunden gefahren, in einer Woche muss man dazu sagen. 2.532 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit 85 kmh, das ist ganz gut. Einmal war ich zu schnell, ein Blitzerfoto gibt es für diese Woche noch als Andenken. Und jetzt noch ein kleiner Blick in den Garten, wo wir uns verabschieden. Und wenn ihr dieses Video bis jetzt gesehen habt, dann fandet ihr das alles genauso spannend wie ich. Und das freut mich auf jeden Fall sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, von Stadt zu Stadt zu fahren, durch ganz Deutschland, um euch da draußen so ein bisschen das Gärtnern und die Anzucht näher zu bringen. Jetzt geht es hier mal wieder um die Gartenarbeit und ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Es war eine sehr schöne Woche. Daumen nach oben, teilt das Video gerne mit Gartenfreunden, die sich das auch mal ansehen sollten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.